Ich glaube, hier kann man dabei sein bei etwas ganz Neuem, hier hat man die Chance, ein Flugzeug mitzuentwickeln, wo schafft man das sonst oder wo kann man da sonst so hautnah mit dabei sein. Man hat vielmehr das Gefühl, man ist Teil des Produktes, anstatt das immer nur auf dem Bildschirm zu sehen oder nur in Zeichnungen zu sehen. Der Hauptmotor ist, hier zu kommen und die Zukunft zu sein, nicht zu sehen, sondern zu sehen. Was Neues, als ich gelesen habe, die 328, wunderschönes Flugzeug, jetzt endlich in der verlängerten Variante und dann noch mit Nachhaltigkeit funktioniert, hätte ich gern. Möchte ich dabei sein, möchte ich bauen. Ich glaube, es ist einfach etwas Großartiges dabei zu sein und etwas Neues entwickelt wird, wenn wir uns mehr in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, gerade die jüngere Generation. Ich glaube, da sind wir es schuldig und ich zähle mich da auch noch mit dazu. Ich glaube, ich kann in meiner Lebenszeit noch viel verändern und hier habe ich ein gutes Gefühl. Hier glaube ich, hier arbeite ich da an etwas Gutem und kann mit gutem Gewissen nach Hause gehen und mich auch hoffentlich demnächst wieder guten Gewissens in ein Flugzeug setzen. Ich bin sehr froh, mich zu sein, um ein Teil des Flugzeuges zu sein, ein Teil des Flugzeuges zu sein, für eine industrie von Umweltfreundlichkeit. Ich bin sehr froh, dass ich ein Teil des deutschen Flugzeuges zu sein, weil wir wollen ein Zukunft für unsere Kinder, mehr greener sein. Das ist auch ein Herausforderer, aber ohne eine Herausforderung, die Leben ist nicht lustig. Deutsche Aircraft ist eine sehr, sehr unikere Situation. Es ist ein Teil des Weltwirtes und der Vergangenheit. Es ist wie die Zukunft mit dem Vergangenen, auf einer Extraordinary Run-Path, etwas, das wir noch nie gesehen haben in dieser Industrie. Es ist eine Möglichkeit für eine Lebenszeit. Es ist eine gute Mischung von alten und neuen, weil es eine große Know-How kommt aus der traditionellen Aircraft Industrie, mit dem Legacy-Programm. Aber wir arbeiten trotzdem für sehr hoch-end-Systeme, um es zu machen, mit der Elektrik und Hybrid-Version zu machen. Es macht es sehr precious für mich, dass es alle neu und neu in den gleichen Platz sehen ist. Es ist eine perfekte Mischung. Hier ist es ein sehr guter Ort, um zu leben, und man kann es auch mit einer Familie balanceieren. Wie ein kleineres Team hier in einem überschaubaren Umfeld, du kennst deine Leute, ist schon etwas ganz anderes. Ich wäre glücklich, dass mehr Frauen an Bord in deutschen Aircraft haben. Kommt und join in dieser Engineering-Familie, die die Zukunft der General Aviation verbaut hat, in einer mehr sustanierenden Faschung. Deutsche Aircraft ist ein Ort, wo wir leben, also komm, und auf mit mir. Ich kann versuchen, und du kannst lachen. Lass uns das. Oberpfaffenhofen. Oh, es ist zu perfekt. Oberpfaffenhofen. Oberpfaffenhofen? Okay, okay. No, one last. One last, please. Okay.